Hier kommt unser Willi, von dem wir schon mal im Winter ein Video versucht haben. Aber schwarz-weißer Hund auf Schnee kam nicht gut. Hier ist er nochmal. Schon ein älteres Semester, geht aber prima an der Leine. Läuft auch noch gerne, wäre sicherlich super geeignet für ein älteres Ehepaar oder eine Einzelperson, die gerne spazieren geht. Er ist sehr freundlich, ist gut verträglich. Schulterhöhe 30-35 cm, jetzt muss er erstmal pushern. Ein ganz freundlicher, lieber kleiner Hund, der sich über gemütliche, ausgedehnte Spaziergänge sicher super freuen würde. Gott sei Dank kam es heute nicht ganz so warm hier, sodass es für die Hunde auch wesentlich angenehmer ist. Ein ganz freundlicher, lieber Hund, ist es gut verträglich. Schwarz-Berds, 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 schwarz-Berds. Vielen Dank.